Zwei neue Hauptaufträge. Der erste wäre Mr. Schuracher und der neue Boss. Okay. Nein, ich möchte zu meinem Zuhause. Ein bisschen weg. Zu meinem Zuhause, in dem ich dann die Dingsmus überführen kann. Wo ist denn das nochmal? Zentral da. Ist das noch weit, ey? Ist das noch weit? Fuck. Aber wir hatten schon mal ein schnelles Auto. Was soll denn das? Ja, ja. Halt das Maul. Von daher, wo ich Bock zu hab. Lass ich mir von dir da nicht reinreden. Und auf jeden Fall ist Hotshot schon mal verhaftet. Er fügt schon mal nix und niemandem mehr Schaden zu. Ach, ey. Ich fahr heute wieder... Wie das? Wie das? Wie das? Wie das ist, wie das? Ach, ey. Ich fahr heute wieder wie ne besenkte Sau. So. Wieder so ein Scheiß-Van. Wann jetzt überall oder was? Das ist mein Auto, das aber so lange durchhält. Erstaunlich. An der Seite, ich habe Vorfahrt. Ja, dann drücken wir ein bisschen auf die Tube. So, wir sind auch gleich da. Halt das Maul. Ey. Ich muss erst gerne hier drin parken. Wie nur Parking hier. So. Oh, wehe, das ist gleich weg. Wo ist das Überwachungssystem? Hm? Hm. 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 ich nicht mit wem redest du auch nicht mehr weil ich nämlich nicht da bin machen wir doch mal sie ein bisschen dreckig aus aber jetzt bin ich wieder sauber wo es denn hier was so wo war es noch verbindungsaufbau kommt jetzt nix los ok jetzt sehen sie und lassen sie ihn ja komm cops rum yes so läuft das habe ich doch jetzt den richtigen gefunden habe habe ich ich müsste noch einen haben noch einer bin ich frage schon okay gut was machen wir denn als nächstes hausend dreihunderttausend ok machen wir den neue boss die haben probleme ganz ehrlich die drogenratze da eben nochmal machen wenn ich schon mal hier bin wo seid ihr ich war so lachen ja ja komm mal her so lachen hm Wisst ihr das nicht? Die wissen das nicht. Dass man nicht mit dem Messer hinspielt. Da kann man ja ganz überwehtun. So. Seht ihr? Haben sie sich wehgetan. Oh. Da oben ist. Ne, erstmal ist dann. Resort. Ne, das ist ja schon mal. Ja, nimm die doch. Ach, falsche Richtung. Was mache ich denn? Gut. Jogginghose, okay. Ach, da oben ist die Kamera, oder was? Gut. Aber wo ist dann das zum Hacken? Nehmen wir doch einfach das hier. Oder nicht? Nicht? Irgendwo hier soll es sein. Wollt ihr mich verarschen, oder sowas? Dann nehmt ihr hoch. Mann. Ganz ehrlich, wollen die mich verarschen? Okay, komm, ich fahre das Auto da weg. So. Und jetzt, wo ist euer Problem? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Ich bin nicht. Ich will da nicht drüberspringen Ich hab keine Ahnung Also geh ich hier weg Komm Ich halte mich doch nicht jetzt länger damit auf Tschüss Ich hätte keine Chance haben die Cops Ach doch Kommt, verpisst euch Ganz ehrlich, verpisst euch Merkt hier nicht keiner Möchtet ihr was mit euch zu tun haben Es stinkt nämlich Merkt mir doch wenigstens wie weit das ist Nein No So Oh So So Das war's für heute. Ach, toll. Bullen, geht bloß weg. Ich hab keinen Bock auf euch. Nichts scheiße. Keine Zeit. So. So.